Genau, ja schön, dass ihr so viele von euch gekommen seid für das Thema. Ich bin die Hanna, ich arbeite für InnoQ, wir sind Freunde von Synyx und ich habe den Psy auf einer Konferenz kennengelernt und er hat mich gefragt, ob ich das hier auch mal zeigen will, was ich so erzählt habe. Und genau, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein und freue mich, dass ihr hier seid. Genau, InnoQ, wir machen Beratung und Softwareentwicklung, viel mehr will ich nicht sagen. Genau, ich mache zu dem Thema auch so ein bisschen Workshops und so und entwickle aber auch ansonsten. Also ich mache nicht nur sowas, muss man manchmal dazu sagen. Genau, wer von euch hat dann von dem Thema schon irgendwas gehört? Okay, das sind nahezu alle. Das ist schon mal schön, das erste Mal, als ich so einen Talk gehalten habe, sah das nicht so aus. Das ist für mich ganz gut. Und wer von euch macht auf der Arbeit so Microservices? Okay, das ist, ich würde jetzt sagen, ungefähr die Hälfte. Okay, das ist aber auch ganz schön viel, finde ich, dafür, dass Microservices eigentlich ziemlich anstrengend sind im Alltag. Also ich weiß nicht, ob ihr da zustimmt, aber es ist schon nicht so leicht, die irgendwie in den Griff zu kriegen. Genau, die erste Frage, mit der ich anfangen würde, ist, warum brauchen wir das eigentlich? Wieso brauchen wir noch mehr on top auf Kubernetes und Docker und so? Die Idee von Microservices ist ja einfach, dass man so ein Monolithen nimmt, also ein riesiges Stück Software, was sich eigentlich nicht so richtig deployen lässt, also wo man so Deployment-Zyklen von ein oder zwei oder drei Jahren vielleicht teilweise hat. Also das ist das Problem von Monolithen, man will irgendwie die Time-to-Market, heißt das dann auf Fachdeutsch, verringern. Und die Idee ist, dass man diese große, komplexe Anwendung irgendwie einfach aufteilt anhand von fachlichen Schnitten und dann sagt, okay, ein Team kümmert sich um einen von diesen Microservices und das kann dann individuell deployed werden, kann man auch schön skalieren und so weiter. Das Dumme ist nur, dass diese Theorie in der Praxis leider nicht so funktioniert. Und das liegt daran, wenn wir uns jetzt nur zwei von diesen Microservices mal anschauen, wie das funktioniert, wenn die dann miteinander kommunizieren, dann muss man, wenn man diesen Aufruf macht, muss man nicht nur diesen Aufruf mit HTTP irgendwie aufbauen, man muss auch irgendwie damit rechnen, dass das vielleicht lange dauert. Man ruft keine Methode auf, sondern man ruft halt über das Netzwerk einen anderen Service auf und kann nicht sicher sein, dass der in einer Zeit antwortet, die einem irgendwie passt. Man muss auch vielleicht dann neu versuchen, wenn es einem zu lange dauert, hört man irgendwann auf und sagt, okay, ich versuche es nochmal. Oder wenn man irgendeinen Verbindungsfehler bekommt, probiert man es auch nochmal. Man muss vielleicht auch sowas machen wie Circuit Breaking, also viele von euch kennen bestimmt Histrix als Bibliothek. Das heißt, wenn der andere jetzt irgendwie mir in den letzten fünf Minuten hauptsächlich Fehler geschickt hat, dann sage ich erstmal, okay, ich lasse den mal erstmal in Ruhe und rede mit den anderen Endpunkten, die ich zur Verfügung habe. Das nennt sich dann Circuit Breaking. Das muss man auch implementieren, meistens als Bibliothek. Wir wollen meistens auch, auch wenn wir alle die Anwendungen in einem Cluster haben, wollen wir die heute trotzdem, achso, genau, Routing, wir müssen auch noch Routing-Konfigurationen anwenden. Also ihr wollt manchmal entscheiden, dass vielleicht eine andere Version angesprochen werden muss oder ihr wollt bestimmte Pfade irgendwo anders hinleiten. Genau, und Thema Verschlüsselung, also innerhalb von so einem Netzwerk, von so einem Kubernetes-Cluster, ist man heutzutage auch da, teilweise auch nur aufgrund von irgendwelchen Auflagen, dass man die Kommunikation zwischen zwei Microservices verschlüsseln will. Also früher hat man sich da vertraut und dachte halt, innerhalb von dem Cluster ist alles lieb und nett, aber es hat sich halt herausgestellt, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Und das bedeutet auch, dass man das auf der anderen Seite halt wieder entschlüsseln muss. Und auch da holt man sich meistens dann Bibliotheken ins Haus, die das für einen tun. Man will auch sowas machen wie prüfen, darf der mich überhaupt aufrufen? Also ist das ein Service, der dafür gemacht ist, mich aufzurufen? Und was man auch ganz, also eigentlich immer möchte, ist irgendwie irgendwem Metriken zu schicken oder irgendwie Metriken bereitzustellen. Wie oft wurde ich aufgerufen? Was habe ich für Fehlercodes geschickt? In welcher Zeit habe ich geantwortet? Und so weiter. So. Und all diese Dinge führen irgendwie dazu, dass unsere kleinen Microservices eigentlich gar nicht mehr so klein sind, sondern dass das halt ziemlich aufgeplusterte Anwendungen werden mit ganz vielen Bibliotheken drumherum. Vielleicht kennen das einige von euch. Und da kommt halt das Service-Mesh ins Spiel. Also das verspricht euch, man nimmt diese ganzen Features, packt die in eine Anwendung und viele von euch ahnen das vielleicht, man packt die einfach an die Seite von jedem Microservice und kann den Code, diesen Plüsch-Code, sag ich jetzt mal, das, was man drumherum macht, den kann man dann, auf den kann man verzichten. Das heißt, wenn man einen Aufruf macht, geht das halt dann immer über dieses, sind wir dann Zeit-K, also eine Anwendung, die jedem Microservice zur Seite gestellt wird. Und dann kann man halt diese ganzen Dinge anwenden und muss die nicht in seinem Microservice direkt drin haben. Das gab es auch schon vor einem Service-Mesh, das heißt einfach, das ist ein Zeit-K-Pattern. Und was ein Service-Mesh hinzufügt, ist eine Anwendung, das ist jetzt dieses grüne Monster hier. Also wir kommen auch zu Code, also ihr müsst keine Angst haben. Wir nähern uns hier ganz langsam. Genau, dann gibt es noch eine zusätzliche Anwendung, die dafür sorgt, dass Konfiguration auch aktualisiert werden kann. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr deployt das mit Kubernetes in jedem von euren Deployments, schreibt ihr das rein. Wenn ihr dann irgendeine Version ändern wollt von dieser Anwendung, müsst ihr das halt überall auch ausrollen und das will man meistens nicht manuell machen. Und dieses Problem löst halt das Service-Mesh, weil es eine Anwendung euch zur Verfügung stellt, die alle diese Sidecars kennt und die konfigurieren kann. Und nicht nur das, sondern ihr kriegt halt auch Metriken von allen diesen Sidecars, bekommt halt diese Anwendung und kann halt Konfiguration verteilen. Das ist die Funktion von dieser Anwendung. Und das heißt dann Control Plane. Und diese blauen Dinger zusammen werden dann Data Plane genannt. Das sind so diese zwei Fachbegriffe. Das heißt, wir kommen von der Idee von einem Monolithen oder haben festgestellt, dass das keine gute Idee ist für heutige Anforderungen. Wir hatten eigentlich vor, Microservices zu machen. Funktioniert halt nicht so schön, wie wir das wollen, sondern es sieht halt eher so ein bisschen so aus und kommen dann zu der super Idee des Service-Mesh. Das ist sozusagen die Story, die natürlich nicht so rosig aussieht, wie sie jetzt aussieht. Genauso wie die Story hier am Anfang auch nicht so, auch viel besser aussah, als sie sich dann rausgestellt hat. Genau, aber das ist jetzt schon der Spoiler. Genau, die Architektur. Jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung Code, also noch nicht ganz, aber ein bisschen technischer wird es jetzt. Genau, also in der Praxis sieht das dann so aus. Wir haben Microservices, die kommunizieren logisch miteinander, also die rufen sich wirklich auch auf, die rufen einfach den Service-Namen auf. Und drumherum haben wir halt diese Proxys, die dazu führen, dass der Verkehr immer über die geleitet wird. Also diese beiden Microservices kommunizieren nach außen immer über diesen Proxy. Und habe ich schon gesagt, das heißt dann Data Plane. Und dann gibt es noch eine Control Plane, die halt mit diesen Proxys kommuniziert. Und an diese Control Plane angeschlossen sind dann halt auch noch so Infrastruktur-Dinge. Also da könnt ihr zum Beispiel euch ein Monitoring-System vorstellen, was da dran angeschlossen ist. So, das ist jetzt schön, so von Architektur so, das ist irgendwie eine gute Idee. Was kann man denn damit jetzt wirklich ganz konkret machen? Es gibt so vier Kategorien, von denen immer die Rede ist. Das eine ist Observability, also dazu gehört Metriken, aber auch Monitoring. Manche behaupten auch, dass sie loggen können. Genau, dann gibt es Routing. Also da kann man so, am Ende kann man dann A-B-Testing damit machen zum Beispiel. Resilience, also Retry Timeout zum Beispiel. Und das Thema Security. Und das ist tatsächlich auch für viele Leute, von denen man so hört, die ein Service-Mesh einsetzen, ist das halt so der Hauptgrund, dass sie irgendwie beidseitig verschüsselte Kommunikation zwischen ihren Microservices wollen. Und ich zeige euch heute ein paar von diesen Features anhand von dem Istio Service-Mesh. Also wer, diejenigen, die vorhin bei Service-Mesh sich die Hand gehoben haben, haben wahrscheinlich auch von Istio schon gehört, vermute ich jetzt mal. Genau, wir fangen mal mit dieser Observability an. Und beim Thema Monitoring gibt es diese Four Golden Signals. Kennt das jemand schon von euch? Okay, das ist von Google, von den SREs, also von den Site Reliability Engineers, also die Leute, die dafür sorgen, dass eine Anwendung stabil läuft, gibt es halt so vier Metriken, die sich ausgedacht haben, die man immer haben, also sehen möchte. Und das zum einen die Latenz, dann sind das die Anfragen pro Sekunde, also wie viel Traffic habe ich auf meinem Service, wie viele Fehler hat der. Also das sind halt Status-Codes, HTTP-Status-Codes meistens. Und dann auch noch, wie ist meine Auslastung? Da geht es auch teilweise um Hardware und genau. Genau, also und das kann uns halt ein Service-Mesh schon liefern. Also und man muss sich halt immer klar machen, eure Microservices wissen nicht, dass diese Daten für sie verfügbar sind. Wo aber die Grenze ist, ist, dass wir halt nicht wissen können, wie die Geschäftslogik-Metriken sind. Also wir wissen nicht, wie viele Käufe gemacht wurden. Also der Service-Mesh sitzt halt nur an eurer Netzwerk-Schnittstelle und kann da Daten rausholen. Das heißt, ihr braucht, also die schlechte Nachricht ist, ihr braucht immer noch ein paralleles Monitoring-System für eure Fachlogik. Genau, das sieht dann konkret so aus. Eure Microservices sind deployed mit den Proxys und die Control-Plane, also die Proxys schicken halt dieser Control-Plane in regelmäßigen Abständen ihrer Metriken. Wenn so ein Buffer voll ist, dann schicken die halt die aktuellen Daten. Und die können halt ein Monitoring-System zur Verfügung gestellt werden. Je nachdem, welches System das ist, ist halt der Pfeil auch andersrum. Und häufig hat man auch so ein Dashboard, was da dran angeschlossen ist. Also könnt ihr euch die Prometheus Grafana vorstellen, wer das kennt. Genau, das heißt, hier werden die Metriken irgendwie generiert. Latenz, Antwortzeit, Status-Codes, wie viele Anfragen pro Sekunde. Dann werden die an ein Monitoring-System geschickt oder abgerufen von dem und für Menschen aufbereitet. Ich zeige euch jetzt gleich, wie das bei Istio aussieht. Istio hat was ganz Schlaues gemacht. Also Istio ist ein Projekt von Google und IBM. Google hat das auch intern, hat das so ein bisschen wie bei Kubernetes, hat das intern für sich selbst gebaut, hat das dann neu geschrieben für den Rest der Welt und hat aber schlauerweise entschieden, dass sie sich auf Standardkomponenten verlassen. Dazu gehört auch Prometheus. Also wenn ihr ein Istio installiert, habt ihr eigentlich immer auch ein Prometheus mit bei und Grafana mit bei. Also Chiali kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Dashboard, das extra für Istio gebaut wurde. Und einen Jäger hat man auch bei, wer das kennt. Das ist so ein Tracing-System. Genau, das heißt, bei Istio ist halt eine Komponente auf dieser Control-Plane, der heißt Mixer. Die bekommt diese Metriken, Prometheus liest die aus, Grafana holt sich die aus Prometheus, Chiali auch. Also das Chiali ist dieses Dashboard für Istio. Und dann hat man halt hier als Admin oder Entwickler hat man halt dann da die Metriken. All das wird automatisch deployed. Das ist einfach eine Zeile, installier mir Istio und dann hat man das. Das ist einerseits schön, dass das alles so transparent ist, aber andererseits, wenn man Probleme hat, da muss man halt wissen, welche Komponenten es gibt, die wo man nach Fehlern sucht. Genau, die Anwendung, die ihr jetzt gleich seht, das ist ein Hipster-Shop. Da gibt es halt so, also es ist eine Beispielanwendung, da kann man halt Schreibmaschinen kaufen oder Terrarien oder Barista-Kids. Also ich finde das irgendwie schöner als ein, weiß ich nicht, ein Bookshop oder so. Das habe nicht ich geschrieben, das hat das Team von Google Cloud geschrieben. Ich habe dann Forg gemacht und habe alles mögliche rausgeworfen, was nach Monitoring oder Routing oder Resilience aussah. Genau, und das sind halt zehn Microservices. Ich finde es auch ganz schön, dass das zehn sind, weil da sieht man halt ein bisschen mehr und kann mehr kaputt gehen. Auch weil wir eine externe API aufrufen. Also bei Beispielanwendungen ist es ja oft so, alles total schön und alles funktioniert miteinander. Und der ruft halt die EZB an für so Währungsumrechnungen. Und wir haben auch so ein Redis für den Warenkorb und die Kommunikation ist über GRPC das erstmal nicht wichtig. Also GRPC ist so ein Protokoll, was auch Google entwickelt hat, was aber auch am Ende auf HTTP2 basiert. Die Architektur von dem Ding sieht so aus. Also viele würden jetzt auch sagen, dass das keine besonders gelungene Architektur ist. Also dieses Fanout will man ja eigentlich nicht unbedingt haben bei Microservices. Also hier dieser Teil ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Man könnte auch sagen, es ist ein verteilter Monolith. Aber man muss auch sagen, in echt ist das halt manchmal genau so. Also manchmal hat man genau so ein System, was halt nicht perfekt ist. Und ich kann schon mal vorgreifen, genau für solche Systeme ist ein Service-Mesh ideal. Also genau. Weil wenn sich niemand aufruft, muss man auch nichts darstellen. Ich habe die Demos als Video gemacht, einfach damit ich alles schaffe in dem Talk. Ich zeige euch jetzt mal diesen Hipster-Shop, wie der so aussieht, was man damit so alles machen kann. Ich habe jetzt gerade die Währung umgerechnet. Ich weiß gar nicht, weiß jemand, was THY ist? Okay, gut. Ich auch nicht. Man hat einen Warenkorb und man hat so auch Empfehlungen. Man hat hier unten auch Werbung gehabt. Man kann dann auch eine Bestellung abschicken. Die Preisberechnung ist irgendwie nicht ganz perfekt, aber gut, Beispielanwendung halt. Jetzt habe ich eine Bestellung abgeschickt. Was ich jetzt eigentlich tue, ist, ich erzahle mir Traffic, den ich gleich sehen kann. Das ist jetzt quasi der Hintergrund. Ich habe jetzt, also damit ich nicht so viel rumklicken muss, habe ich mir so einen Load-Generator geschrieben, der mir einfach auch diese Anfragen generiert. Und das ist jetzt Kiali. Das ist jetzt dieses Dashboard von Istio. Da sehe ich halt auch, dass plötzlich ganz viel Traffic gekommen ist an der Stelle schon. Und das ist jetzt der Graph. Das ist immer das, was für alle am beeindruckendsten ist. Das lieben die Manager. Das ist halt einfach. Also man muss sich halt wirklich klar machen, dass die Services nicht wissen, dass das von Ihnen bekannt ist. Und genau, da kann man jetzt auch sogar suchen drin und so. Man kann auch, hat auch verschiedene Darstellungsoptionen. Wir können uns das Protokoll anzeigen lassen. Das ist jetzt GRPC, dieses Protokoll von Google. Es gibt auch verschiedene Optionen, ob man den ganzen Graphen mit den Services sehen will oder einfach nur die Anwendungen. Man kann sich anzeigen lassen, wie viele Anfragen pro Sekunde kommen. Das und jetzt. Und man kann auch sehen, wer offensichtlich am meisten angefragt wird. Man kann auch, genau, wie viel Prozent der Anfragen geht wohin. Also nur 5,6 Prozent der Anfragen gehen zum Ad-Service. Das ist halt vor allem schön, wenn man so einen A-B-Test macht oder so. Dann kann man halt sehen, ob der funktioniert oder nicht. Genau. Und die Antwortzeit. Also das ist halt auch schon toll, dass man sieht, das muss man aber da oben. Also da oben steht das halt 13 Millisekunden. Und dann sieht man halt, dass bestimmte Services länger dauern und andere nicht. Da kann man halt auch so ein bisschen gucken, warum das so ist zum Beispiel. Das ist Kiali, das ist tatsächlich auch sehr schön. Ein super Feature, was auch für Manager super funktioniert. Das heißt, man muss sich halt, also ich meine, das ist einfach CSS. Das ist jetzt kein Package, was da ist. Und es gibt sogar, man kann sich sogar Security anzeigen lassen. Also das ist dann so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich am Ende auch noch, dass da man hier so ein Schloss dann hat. Genau. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also so Istio ist halt so ein Produkt, was extrem gutes Marketing macht. Und dafür braucht man sowas halt auch. Und ich meine, es ist natürlich, also so Alerting fehlt halt bei Istio komplett. Also es ist schön, dass man diesen Graphen hat, aber es ist noch ein weiterer Schritt irgendwie zu gucken, dass, also zum Beispiel, wenn irgendein Fehler passiert, also hier sehen wir zum Beispiel, wie viele 200 habe ich bekommen und wie viele andere Status Codes. Wenn da jetzt Fehler passieren, wird der Graph halt rot. Und das zu transformieren in irgendeine E-Mail, die irgendwer bekommt, das muss man halt selber noch lösen. Genau. Aber an sich ist das auch, ist schon nett. Kann man direkt Fragen einstellen? Ja, kannst du? Wir sind wieder rund. Ja. Oder? Wir arbeiten dran beim nächsten Talk. Wenn von euch jemand zufällig ist. Jetzt auch noch hangen. Okay. Also mir gefällt der Graph auch richtig gut. Toll. Die Kommunikationsprotokolle, die er visualisieren kann, bei GAPC, HTTP, hattest du ja gemeint. Wie sieht es denn aus mit LMQP oder anderen? Ich weiß nicht, was LMQP ist. Oder Messaging-Systemen. Ja, also so eine Kafka-Integration zum Beispiel ist gerade, machen sie gerade. Was man aber zum Beispiel hier oben sieht, bei diesem blauen, das ist halt TCP, also das ist die Redis-Datenbank, da sieht man halt nur, dass da Kommunikation stattfindet. Es gibt auch, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das gerade drin habe, aber es gibt dann auch ein Grafana-Dashboard, was man sich auch anschauen kann, wo man halt die, sieht, wie viele TCP-Packages sind. Aber das ist halt auf so einem Level, was halt nicht angereichert ist, mit so, was passiert da genau. Aber es gibt auf jeden Fall für TCP-Unterstützung. Also gerade das Kafka wäre halt richtig gut. Da gibt es ein Ticket und ich weiß gerade nicht, wie es ist, aber ich weiß, dass daran gearbeitet wird. Sehr cool. Okay. Genau, Thema Tracing steht auch auf den Listen, was ein Service-Märch alles kann, steht immer mit dabei. Genau, beim Tracing geht es, darum rauszufinden, wenn ein User eine Anfrage stellt, welche Services sind an der Antwort beteiligt. Und das geht darum, um rauszufinden, wo kommt meine Latenz her oder auch, wo kommt mein Fehler her. Und umgesetzt wird das so, dass der Client sieht zum Beispiel irgendwie, das dauert ewig. Und der erste Service, der die Anfrage bekommt, der markiert diese Anfrage und sagt, das ist jetzt Anfrage X oder natürlich 42 und muss dann diese ID kopieren in alle ausgehenden Anfragen, damit man sagt, okay, also die Anfrage ist durch diesen Service gegangen und durch diese zwei. Und diese drei Services müssen dann zum Tracing-Backend Bescheid sagen. Ich habe die Anfrage 42 gesehen zum Zeitpunkt X, ich habe sie zum Zeitpunkt Y beantwortet mit dem und dem Response-Code. Und dann können wir als Menschen, können wir halt so eine Grafik uns anschauen, wo wir dann sehen, okay, Service A hat so lange gedauert und hat die meiste Zeit auf Service B gewartet. Und können dann halt identifizieren, wo vielleicht irgendein Bottleneck ist. Das ist so die Idee von Tracing. Ein Service Mesh kann uns dabei helfen, weil diese Proxys automatisch diese Tracing-Informationen an den Backend schicken können. Also die können die Zeit messen und die können sehen, was für ein Status-Code ist da gekommen. Bei Istio ist es so, dass die Proxys direkt mit so einem Tracing-Backend kommunizieren. Also das hat nichts mit dieser Control-Plane zu tun. Und genau. Das heißt, die Daten werden, also ihr müsst in eurem Microservice, wenn ihr so ein Tracing, dieses Tracing-Feature benutzen wollt, müsst ihr halt diese Header kopieren, weil das ist einfach ein logischer Zusammenhang zwischen zwei Calls. Und dann kann halt Istio dem Tracing-Backend diese Daten schicken. Das ist aber meistens in irgendeiner, also in Spring ist es zum Beispiel drin oder das ist in Go auch nur so ein paar Zeilen-Code, die man da schreiben muss. Muss man aber wissen, dass man da immer noch ein paar Änderungen machen muss. Genau. Und dann kann man halt dieses Dashboard sehen. Da habe ich auch noch so eine kleine Demo zu. Genau. Das ist also bei Istio standardmäßig Jäger mit bei. Jäger ist so ein Go-geschriebenes Tool, was auch sich großer Beliebtheit erfreut. Ich kann mir jetzt hier angucken, für das Frontend, was für eine Anfrage ich gesehen habe. Hier sehe ich halt, wie viele Services beteiligt waren in einer Anfrage. Da sieht man halt auch, wie effizient das Ding teilweise geschrieben ist. Da sehe ich halt auch, dass das Frontend für jedes Produkt diesen Currency-Service anfragt. Also sehe ich halt auch, und dass ich zum Beispiel teilweise sehr lange warten muss auf eine Anfrage für bestimmte Produkte. Und was ich halt hinzugefügt habe bei diesem Hipster-Shop ist halt diese 10 Zeilen Go-Code, die mir diese Header kopieren. Genau, ich glaube, jetzt gibt es noch ein anderes Beispiel von irgendeinem anderen Service. Kennt jemand von euch Jäger? Irgendwie so schon mal gesehen, gehört? Okay. Jetzt sieht man hier auch, dass das Frontend auch diesen Catalog für jedes Produkt aufruft und deshalb das teilweise recht lange dauert. Da kann man auf jeden Fall auch so ein bisschen Optimierungspotenzial herleiten. Genau. Das zweite Ding, was man mit einem Service-Mesh machen kann, ist so im Bereich Routing. Routing, das kennt ihr alle aus so API-Gateway oder Edge-Proxy-Geschichten oder aus Kubernetes-Direkt, so Load-Balancing. Ich habe zwei Instanzen von einem Service. Ich will irgendwie entscheiden, wenn eine Anfrage reinkommt, wer kriegt die jetzt? Ich will vielleicht auch irgendwie pfadbasiert Entscheidungen treffen, so A-B-Testing. Also wenn ihr euch nicht einigen könnt, ob jetzt grün oder blau, dann macht man halt einen A-B-Test und dann kann man gucken, was sich besser verkauft. Oder Blue-Green-Deployment, dass man zwei Anwendungen hat oder genau, zwei Instanzen hat und die einmal abwechselt. Oder Canal Releasing. Wer weiß, was Canal Releasing ist? Okay, also für die, die sich nicht gemeldet haben, da geht es halt irgendwie darum, also es macht, zum Beispiel Facebook macht das auch, wenn sie ein neues Feature haben, weil wo sie nicht ganz genau wissen, ist das jetzt, macht das Sinn, ist das irgendwie gut von der Usability, dann rollen die das erst mal irgendwie in Berlin zum Beispiel aus oder meistens irgendwo in den USA und dann gucken die halt, wie das benutzt wird und dann rollen sie das halt immer weiter aus auf den USA und dann irgendwie ganz Amerika und dann vielleicht die ganze Welt. Und die Idee ist halt, also der Hintergrund ist, dass man halt früher in so Minen, also die Minenarbeiter haben halt so einen Kanarienvogel mitgenommen, manche ahnen das vielleicht schon. und der ist dann halt umgefallen, ich sage jetzt mal umgefallen, als wenn halt dir irgendwelche Gifte in der Luft waren oder so. Und die Idee ist hier die gleiche, dass wenn es in Berlin schief läuft, haben wir halt nicht die ganze Anwendung kaputt gemacht, sondern halt nur einen Teil der Welt. Einen ganz besonderen Teil der Welt. Ich komme da halt auch her, aber gut, ja. Genau, das ist die Idee von Kanarienvogel-Leasing. Und ihr kennt das alles von so API-Gateways oder Edge-Routern, so NLX und so. Aber das Schöne an einem Service-Mesh ist, dass ihr diese ganzen Entscheidungen für jede Kommunikation zwischen zwei Services treffen könnt. Ihr müsst nicht an eurem Eingang entscheiden, wo jetzt das hingeht, sondern ihr könnt halt immer in jeder Aufruftiefe, sage ich jetzt mal, Entscheidungen dieser Art treffen. Das heißt, es funktioniert so, ihr definiert Routing-Regeln, selbstverständlich in YAML und dann werden die halt an die Proxys verteilt und die Proxys wenden die halt bei jeder Anfrage einfach an. Das heißt, ihr könnt dann so eine Geschichte machen, wie wir haben jetzt zum Beispiel Service 1 und zwei Versionen von Service 2 und ihr könnt sagen, schickt 90 Prozent von dem Traffic an den und 10 Prozent an den. Oder ihr sagt, okay, wenn immer, wenn jemand neu im Fahrt hat, dann schickt den an 2b. oder ihr könnt auf irgendwelchen HTTP-Headern Entscheidungen treffen. Dazu muss natürlich dieser Header da sein. Das ist dann Aufgabe von diesem Service, dass er diesen Header mitschickt. Genau, damit kann man halt auch A-B-Testing und Canal-Releasing machen. Was man auch machen kann, ist, dass man so ein Staging-System hat und ein Live-System und man kann Traffic-Mirroring machen. Das heißt, ihr könnt eurem Staging-System Live-Traffic rüberkopieren und mal gucken, ob das dann mal zurechtkommt. Weil manchmal sind die Tests halt nicht so gut, wie die User testen. Und genau, das ist halt dann manchmal ganz gut mal zu gucken, also kommt meine API mit echten Anfragen zurecht. Man kann auch ein paar mehr Sachen machen, genau, aber ja. Genau. Für diese Konfiguration zeige ich euch jetzt endlich mal Code. Also wie, wenn man diesen Fall hier abbilden möchte, dass man vom Eingang, also das ist jetzt der, also Istio nimmt auch, übernimmt die Kontrolle für den Ingress-Proxy. Also wer Kubernetes im Einsatz hat, man hat immer eine Anwendung, die den einen wie den Traffic kontrolliert und bei Istio muss man halt diesen Ingress-Proxy von Istio nehmen. Das ist tatsächlich auch einer der großen Kritikpunkte, weil damit Istio sehr invasiv ist. Genau, aber wir stellen uns jetzt mal vor, wir wollen, haben zwei Versionen von unserem Hipster-Shop, eine V1 und jemand hat gesagt, ich möchte mal gucken, ob die andere besser funktioniert und wir wollen alle, die neu aufrufen, dahin schicken. Was wir tun müssen ist, wir müssen so ein, ein API-Objekt von Istio erzeugen, Virtual Service, Istio hat ganze 23 davon, also von eigenen API-Objekten, das ist auch ganz schön viel. Genau, aber für diese Routing-Konfiguration brauchen wir ein Virtual Service. Wir definieren hier, dass wir für alle Hosts, hier, das ist der, dass wir für alle Anfragen, dass diese Regel für alle Anfragen greift, die reinkommen und wir sagen dann halt, wenn der Prefix in der URL, wenn der neu ist, also wenn nach dem Host neu kommt, dann wollen wir, dass die Anfrage an das Frontend geschickt wird in der Teilmenge 2. So, das haben wir aber noch nicht definiert, was diese Teilmenge 2 ist. Dazu brauchen wir eine andere Custom Resource Definition, also eine andere Konfiguration, wo wir dann beschreiben, wenn der Host Frontend ist und jemand V2 möchte, dann bedeutet das, dass dieser Pod ein Label hat, das Version heißt und der Wert muss 2 sein. Das heißt, wir bilden, hiermit bilden wir Untermengen von dem Frontend Service und sagen, okay, eine Gruppe von Frontend Service hat Version 2 und die bekommen halt Traffic, wenn der Pfad neu ist und dann gibt es auch noch eine andere Route, die sagt, bei allen anderen Fällen wird halt Frontend V1 genommen und Frontend V1 ist definiert durch alle Pods, die auf Frontend hören und ein Versionslabel 1 haben. Man könnte jetzt auch argumentieren, dass man das in eine Konfiguration packt, aber das hat sich Istio dagegen entschieden. Genau. Auch das zeige ich euch jetzt mal, wie das dann in der Praxis aussieht. Genau. Die Konfig, die ich euch gerade gezeigt habe, das ist genau die, die ich jetzt gleich anwende. Also das ist jetzt erstmal nur das Deployment von der Frontend 2. Da seht ihr auch dieses Label hier, wenn ihr gute Augen habt zumindest. Genau. Das ist ein ganz normales Kubernetes-Deployment. Da steht nichts drin von irgendwie Istio oder so. Das ist einfach ein anderes Image-Tag. Genau. Das ist mein Cheat-Sheet. Da müsst ihr hier unbedingt hingucken. Genau. Und dann wende ich das einfach an, dieses Deployment. Ich schaue mir auch an, ob das funktioniert hat. Man sieht hier auch, dass alle Pods zwei Container bekommen haben. Der zweite ist halt immer der Proxy. Und wenn ich jetzt ein Reload mache, bekomme ich abwechselnd die andere Version. Das ist einfach Kubernetes-Load-Balancing. Ich habe jetzt zwei verschiedene Services, zwei verschiedene Deployments, die auf diesen Frontend-Service horchen. Was ich jetzt hinzufüge, ist diese Istio-Konfiguration. Die habe ich euch gerade gezeigt. Das hier habe ich ausgelassen, aber ansonsten ist das genau so, was wir gerade gesehen haben. Wenn jemand neu aufruft, landet der bei Frontend V2. Und dann muss ich auch noch diese andere, diesen Virtual-Service konfigurieren, den ich euch auch gerade gezeigt habe. Den ich auch nochmal kurz zeige. Genau. Da definieren wir halt, was V1 und V2 bedeuten. Diese Label-Mappings. Genau. Und wenn ich das dann aufrufe, also das ist eine ganz normale Anwendung, dann, also ich mache jetzt gerade Reloads, das sieht man gerade nicht. Und wenn ich jetzt nochmal die gleiche IP-Adresse aufrufe mit slash neu, dann bekomme ich halt die neue Version von dem Frontend. Genau. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man prozentual Routing-Konfigurationen anwendet. Da zeige ich auch gleich mal kurz die Konfiguration. Da sagt man einfach, gibt man einfach ein Gewicht an. Ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt, okay, nicht nach einem Pfad, sondern ich sage, 90 Prozent sollen bei V1 landen und 10 Prozent bei V2. Und ich mache jetzt auch so ein paar Reloads, aber das sieht man jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich habe gleich noch ein Skript, was ich ausführe, damit man das auch mal, genau, ich mache jetzt 20 Mal, frage ich jetzt einfach die IP-Adresse an und lies mir den Titel raus. Und dann sieht man halt, dass das Verhältnis von Hipster-Shop 2 und Hipster-Shop so ungefähr 90-10 ist. Und ich kann mir das auch in diesem Kiali anschauen. Da ist es, glaube ich, jetzt nicht genau so, wie ich das gerne hätte, weil alte Anfragen da mit reinzählen. Aber ich sehe jetzt hier, wenn ich mir den prozentualen Anteil anschaue, sehe ich auf jeden Fall von der Tendenz her, dass das so in die Richtung geht. Und was auch ganz schön ist, dass ich hier halt auch sehe, dass ich zwei Versionen von meinem Frontend habe. Ja. Genau. Da ist noch mehr, was man mit Routing machen kann, aber ihr könnt euch, glaube ich, jetzt ungefähr vorstellen, wie das kontiguriert wird. Beim Thema Resilience kann man so ein paar, also hat man, man hat bei so verteilten Systemen so verschiedene Probleme. Es gibt so Fehler und es gibt Verzögerungen. Was ist schlimmer? Verzögerung, sehr gut. Ja, genau. Geht mir auch so. Also wenn ich einen Fehler bekomme, habe ich zumindest einen Fehler. Wenn ich warte, weiß ich nicht, warum ich warte. Und irgendwie muss ich mich entscheiden, dass ich abbreche. Und genau. Dann muss ich damit auch umgehen. Mit einem Fehler weiß man manchmal, was man vielleicht versuchen kann. Das Ziel immer, also egal, was für einen Fall man hat, man möchte eigentlich immer, dass das ganze Gesamtsystem trotzdem irgendwie funktioniert. Da kann man zum Beispiel Entscheidungen treffen und sagen, okay, wenn ich jetzt gerade keine aktuellen Daten bekomme, nehme ich halt irgendwelche alten Daten oder so, aber man möchte auf jeden Fall nicht kaputt gehen, weil jemand anderes, den man aufruft, kaputt ist. Und die Maßnahmen, die sich dazu so ein bisschen etabliert haben, sind halt Retry. Ich probiere es einfach nochmal. Timeout. Ich breche das einfach ab, sobald meine Zeit, die ich dafür vorgesehen habe, abgelaufen ist. Und dieses Circuit-Breaking, dass ich Endpunkte, die nicht gesund sind, einfach abschneide für eine bestimmte Zeit. Mit dem Service-Mesh ist das so ähnlich wie beim Routing. Wir definieren Regeln in so einer YAML-Datei und die werden dann auch an die Proxys geschickt und die Proxys wenden das halt einfach an. Also wenn da ein Fehler kommt, dann machen die die Anfrage einfach nochmal. Das heißt, ich kann sowas machen wie, ich frage den an, der wartet, der dauert irgendwie sehr lange, bis er antwortet. Irgendwann sage ich halt, nee, da warte ich jetzt nicht weiter. Dann probiere ich es vielleicht nochmal und dann gibt er mir irgendeine 500er und dann probiere es vielleicht nochmal. Das sind so Dinge, die kann man damit abbilden. Und was man auch machen kann mit einem Service-Mesh ist Fault-Injection und Delay-Injection, also Stichwort Chaos-Engineering. Also man kann gucken, was passiert eigentlich, wenn ich Fehler oder Verzögerungen einbaue. Fragt ihr euch, warum will man das? Man hat da manchmal so Annahmen über sein System. Man denkt, okay, wenn der mal ausfällt, ist nicht so schlimm. Man probiert das aber nie, weil man trotzdem irgendwie Angst hat. Und beim Chaos-Engineering oder so Fault- und Delay-Injection probiert man halt diese Wundenpunkte absichtlich mal zu triggern, damit man sich ein bisschen sicherer ist danach, dass das wirklich funktioniert. Das kommt auch so ein bisschen von Netflix. Also die schießen manchmal ganze Regionen ab und gucken, ob das noch, ob noch alles funktioniert. Die Konfiguration für Retry und Timeouts ist auch so mit diesem Virtual Service, den haben wir gerade auch schon fürs Routing gesehen. Hier ist es jetzt nicht für das Frontend, sondern für einen Service, der diese Empfehlungen macht. Und wir sagen jetzt, alle Anfragen an diesen Recommendation Service sollen dreimal neu versucht werden, also insgesamt dann viermal. Jedes Mal warte ich maximal eine Sekunde und ich versuche es dann neu, wenn ich einen Verbindungsfehler bekomme oder irgendeine 500er. Aber insgesamt antworte ich dem Client in zwei Sekunden. Das heißt, ich warte nie länger als zwei Sekunden. Genau. Und dann, wir müssen bei Istio immer noch konfigurieren, dass die Anfrage immer noch zum Recommendation Service gehen muss. Aber das Interessante ist halt wirklich dazwischen. Genau. Das ist ziemlich straightforward. Also es gibt auch noch, es gibt auch noch andere, also dieses Circuit Breaking, das sieht ein bisschen wilder aus von der Konfiguration, aber genau, das ist relativ straightforward mit dem Retried Timeout. Genau. Und dann gibt es noch das Thema Security. Habe ich schon gesagt, das ist für viele das Wichtigste. Also die, ich sag mal, so Finanzunternehmen oder so, die brauchen halt ein Service Mesh, weil die wollen Zertifikate haben, die auch in regelmäßigen Abständen rotiert werden und so. Und wenn du das manuell machst, dann ist das halt sehr schwer. Und genau, wie dieses Security-Thema mit einem Service Mesh abgebildet werden kann, ist, ich kann zum einen Zertifikate automatisch erstellen. Also diese Control Plane ist gleichzeitig auch eine Certificate Authority, die automatisch Zertifikate verteilt. Das ist jetzt in der Praxis nicht so direkt, dass die die schickt, aber die werden irgendwo abgelegt und die Pods ziehen sich dann da raus. Und ich kann zum anderen auch Regeln definieren. Also ich kann sagen, der Service darf niemals mit diesem reden oder nur unter dem Endpunkt. Und die Regeln werden dann an diese Proxys geschickt und die haben so eine Engine und prüfen bei jedem Aufruf, ob das erlaubt ist. Das heißt, ich kann so etwas machen, wie ich habe diese zwei Zertifikate auf den beiden Proxys, die vertrauen beide dieser Certificate Authority und können damit dann beidseitig authentifizierte Aufrufe machen. Das heißt dann Mutual TLS oder MTLS. Und wenn jemand dann von außen kommt, der nicht so einen schönen Proxy hat, dann darf der damit auch nicht kommunizieren. Und zum anderen ist es halt jetzt diese Autorisierung. Ich kann halt sagen, dieser Service darf nur auf Stash-API angefragt werden. Genau. Das heißt, wenn man sich jetzt mal diese Features anschaut, man hat bei Observability haben wir Netzwerkmetriken, die wir geschenkt bekommen. Da steht ja auch noch Logs bei. Also man muss echt vorsichtig sein bei diesen Dokus. Die sind halt häufig geschrieben wie so Marketing. Texte. Da steht dann Logging drin, aber was die eigentlich meinen, ist, dass sie Access Logs generieren können. Also die in Service Mesh oder die aktuellen Service Meshs können nicht eure Application Logs auslesen, sondern die generieren halt, wenn ihr das möchtet, generieren die halt Access Logs. Das möchte man, also wollen nicht alle Leute, sagen wir mal so. Die können auch, also Service Mesh kann halt auch diese Daten an dieses Tracing-Backend schicken. Haben wir vorhin uns angeschaut. Beim Thema Routing kann man halt diese komplexen Regeln definieren aufgrund von Faden und Headern und so weiter und prozentualen Verteilungen. Und das ist letztendlich das Tooling, was wir brauchen für Canary Releasing und A-B-Testing. Beim Thema Resilience können wir Timeouts und Retrys machen und Circuit Braking. Und beim Thema Security haben wir gerade gesehen, wir können beidseitig authentifizierte Verbindungen aufbauen und Autorisierungsregeln hinterlegen. So, jetzt gibt es noch eine schlechte Nachricht auf der anderen Seite. Was wir nicht können, ist halt, dass wir Businessmetriken irgendwie an ein System schicken oder so. Das kann das Service Mesh nicht. Da müsst ihr eine parallele Infrastruktur haben. Und tatsächlich wollt ihr das eigentlich auch. Also ihr wollt eigentlich Infrastruktur auch so ein bisschen trennen von Fachlogik und das ist eigentlich auch nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Was ich auch gesagt habe, ist, diese Tracing-Header, die müsst ihr halt selber in eurer Anwendung kopieren. Also die Verbindung von einer eingehenden Anfrage und einer ausgehenden Anfrage müsst ihr mit diesen Headern markieren. Beim Routing könnt ihr nicht in Body schauen, aber das ist wahrscheinlich auch klar. Und genau, beim Canary Releasing, also das, was ich erzählt habe mit so Berlin und dann irgendwie Deutschland und Europa und so, es gibt kein Mittel, wo man das automatisch machen kann. Wo ihr sagt, okay, wenn das für Berlin einen Track funktioniert, dann geht ihr nach ganz Deutschland und dann Europa und so weiter. Dazu gibt es andere Tools. Genau und beim Circuit Breaker hat man das Problem, dass man nicht sagen, also dass man nicht, dass man einfach einen Fehler bekommt von der Anwendung und man weiß nicht, dass jetzt der Circuit Breaker gegriffen hat. Und wenn ihr eine Library benutzt, könnt ihr sagen, okay, Circuit Breaker ist gerade aktiv, ich nehme halt einfach die letzte Antwort. und das könnt ihr halt bei so einem Service Mesh Circuit Breaker nicht entscheiden. Genau, was sich halt viele dann fragen, ist so, ne, ist Service Mesh das gleiche wie Istio? Also gibt es da irgendwie noch was anderes? Also Google hat halt wirklich sehr viel investiert, so an Marketingmitteln, um das Thema so ein bisschen zu pushen. Das ist halt auch so, wie man das mit Startups macht, ne, man erzählt der ganzen Welt, was man alles kann. Und wenn die ganze Welt dann interessiert ist, dann fängt man an zu überlegen, okay, was, wie mache ich das eigentlich? So ein bisschen so, also das ist tatsächlich auch nicht nur meine Meinung, sondern das ist auch das, was man so hört. Die 1.0 wurde extrem kritisiert. Und wer kennt den CNCF? Das ist diese Cloud Native Computing Foundation, die sich um so Kubernetes und alles drum herum kümmert. Und Istio ist bis heute auch kein Teil von dieser Foundation, weil sie, gerade wegen diesem Verhalten, also weil sie halt ein bisschen zu viel übertrieben haben. Und genau, das hat halt vielen nicht so gut gefallen. Das heißt, es gibt, also gerade auch, weil Istio nicht so ganz erfolgreich war, also es sieht vielleicht so auf diesen Talks und so immer schön aus, aber in der Praxis war das mit der Konfiguration ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, Istio hat 23 Konfigurationsobjekte, also diese, das war am Anfang, waren es 58. Also das ist halt schon irgendwie so eine API, also ich habe auch, ich habe meine Masterarbeit über das Thema geschrieben und ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, ein ganzes Buch an Istio Dokumentation gelesen, weil das halt so total over-engineert war. Genau, also und da hat Istio halt Raum geschaffen für andere Produkte und also wobei, also es gibt jetzt genau andere Implementierungen von dem Service Mesh, von dem Service Mesh Pattern. Zum einen ist es Linkerd, Linkerd ist tatsächlich auch älter als Istio, das ist das erste Service Mesh, was sich als Service Mesh bezeichnet hat. Das ist von, also kennt das jemand, schon mal gehört? Sehr schön, ja. Gut. Genau, Linkerd ist tatsächlich älter als Istio, ist von Leuten entwickelt, die bei Twitter mal waren und die haben ein Startup gegründet und haben halt Service Mesh dann gemacht. Die haben ähnliche Fehler gemacht wie Istio und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt eine zweite Version und wir machen das performant und usable und so und Hashi Corp ist auch auf den Zug mit aufgesprungen, also die haben ihr Consul erweitert um Service Mesh, also manche kennen vielleicht Consul als so Service Discovery und die haben jetzt halt auch noch so Envoy Proxy, also so ein Proxy wie Istio auch benutzt, mit reingebaut. AWS ist natürlich immer dabei, so gute Ideen nochmal neu zu implementieren und genau, da gibt es noch, manche haben ja vielleicht so eine Assoziation, also dieses AE, also die Leute von Traffic, Traffic ist auch so ein Edge-Router, die haben auch ein eigenes Service Mesh gebaut und die Leute von Kong auch und also man kann vielleicht so drei Gruppen hier erkennen, das sind sozusagen hier die älteren oder die First Mover, das sind quasi Erweiterungen von bestehenden Lösungen und das hier sind ich sag mal vielleicht auch Firmen, die sich ein bisschen bedroht fühlen, weil Istio halt zum Beispiel diesen Ingress auch übernimmt, also wenn Istio den allen eingehenden Verkehr in so ein Kubernetes-Cluster übernimmt, braucht man halt diesen Traffic von dieser Firma nicht und dieses Kong-Produkt auch nicht, also da kommt glaube ich auch so ein bisschen die Motivation her und weil das schon sehr schwer zu vergleichen ist, haben meine Kollegen und ich diese Seite gebastelt und haben uns mal alle angeschaut und verglichen und so eine große Tabelle gebaut. Ich habe hier auch Sticker, wenn jemand möchte. Das sieht dann so aus, ist noch ein bisschen länger und genau, wenn man mal eine Entscheidung treffen will, kann man da mal raufschauen. genau, aber angesehen von so Features, würde mich mal bei euch interessieren, worauf würdet ihr noch achten, wenn ihr jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ihr seid überzeugt, ihr wollt das Ding unbedingt haben oder so ein Service-Mesh unbedingt haben, was wäre euch wichtig? Ich kann es wiederholen. Danke. Oder so. Orkastrierer zum Beispiel hast und du meinst jetzt, wenn man Kubernetes hat, wie leicht kann ich das einfach auswählen? Nehmen wir an, ich habe eine Anwendung in Kubernetes laufen, über mehrere Microservices, wie einfach integriere ich das? Ja, also es geht auch, glaube ich, so ein bisschen in so Richtung Usability und 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 Dokumentation und sowas. Oder Automatisierung, ne, also bei Istio ist es zum Beispiel so, wenn man Istio installiert, sagt man, dieser Namespace soll automatisch so eine Sidecast bekommen und jeden Pod, der da gestartet wird, bekommt automatisch so eine Proxy davor und man sieht nichts davon, also es ist sehr wenig Aufwand. Ah, cool. Ist halt aber leider auf der einen Seite auch viel Magie, ne, also das, genau. Gibt es andere Sachen, auf die ihr achten würdet? Achso, ich bin bei uns in der Integration tätig und wir haben über 200 Services, die aktuell noch nicht im Kubernetes laufen und wir haben zig Partner, die angebunden sind. Inwieweit unterstützt das Service Mesh auch mit Authentifizierung, Verschlüsselung für externe Systeme? Ich nehme es jetzt erst mal so als Entscheidungsmerkmal auf, wir können das dann danach an den Fragen klären, aber ja genau, es geht auch, also in der Realität ist es halt nicht so, dass die ganze Anwendung immer nur an Kubernetes läuft, sondern es ist meistens ein bisschen komplizierter als das und dann ist es halt vielleicht auch so die Frage nach Kompatibilität, also welche Plattform kann ich in das Service Mesh mit reinnehmen? Genau, aber über die konkreten Dinge können wir vielleicht am Ende nochmal sprechen. Ein bisschen was habe ich noch. Wie sieht es mit der Performance aus? Also man hat ja diesen Proxy drin, man hat ja dann irgendwie wahrscheinlich mehr Latenz dadurch. Genau. Mit der Verschlüsselung kommt auch nochmal Latenz dazu. Sehr schön, genau. Ja, eigentlich haben wir so von den Themen, die ich hören wollte, haben wir jetzt schon fast alle. Also der ersten sind die Features, dann so Themen wie Kompatibilität, welche Infrastruktur habe ich und welche zum Beispiel Kubernetes-Version oder wenn ich kein Kubernetes habe, kann ich trotzdem das Ding installieren. Thema Performance, also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass diese Proxys, die den Traffic abgreifen, dass das halt nicht umsonst ist von der Performance her und dann halt noch das Thema Usability. Also Usability ist halt, wie man bei Istio gesehen hat, schon so ein wichtiges Merkmal. Wenn ich es irgendwann nicht mehr gut finde, wie leicht werde ich es wieder los? Ja, also eigentlich so, ich habe das auch mit dem Eberhardt, mit meinem Kollegen diskutiert und der hat halt gesagt, ach, es ist doch egal, schmeißt du einfach raus und dann ist gut. Also ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt entwickle so eine Microservice-Anwendung, ich habe bei mir natürlich das Service-Mesh lokal laufen, also das Service-Mesh implementiert keine anwendungskritischen Dinge. Das Dumme ist nur, dass man halt auch, also man baut halt schon Features zurück und wenn man das Service-Mesh weg macht, hat man keinen Retray, keinen Timeout, keinen Monitoring mehr. Das heißt, man macht sich in gewisser Weise schon abhängig. Deswegen würde ich persönlich auch sagen, dass das schon eine langfristige Entscheidung ist, aber es ist eine interessante Frage. Genau, ich will mal so ein bisschen diese zwei vergleichen. Ich habe die zwei ausgewählt, weil ich glaube, dass die sind, die man am ehesten in so ein Produktivsystem reinnimmt. Wenn man auf AWS ist, kann man überlegen, ob man das Ding von denen nimmt. Es gibt auch, also spricht jetzt auch nichts dagegen. Wenn man keinen Kubernetes hat, ist Konzu vielleicht auch eine gute Idee. Aber genau, diese beiden sind schon die, die am häufigsten diskutiert werden. Und ich vergleiche die jetzt mal so ein bisschen. Beide sind aus 2017. Also das ist ja für unsere, also für Cloud-Verhältnisse so eine Ewigkeit eigentlich schon. Istio kommt aus, von IBM und Google und linker die halt von diesem Start-up, das heißt Boyant. Istio ist optimiert auf möglichst viele Features. Die haben sie teilweise sogar auch schon zurückgenommen. Also sie haben Features wieder aus, also ausgebaut. Aber auf jeden Fall haben sie immer noch die meisten Features und auf möglichst viel Konfigurierbarkeit. Bei Linkerdie haben sie sich eher fokussiert auf Usability und Performance. Und istio ist zwar optimiert für Kubernetes, aber wenn man was außerhalb von Kubernetes laufen hat, kann man das irgendwie auch mit reinnehmen. Aber das, also die Installation muss in einem Kubernetes erfolgen. Und Linkerdie ist halt wirklich nur, wenn man auf Kubernetes läuft, eine Option. Bei den Features ist es so, istio könnte man sagen, Kubernetes und vielleicht noch ein bisschen mehr. Beide, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, die injizieren automatisch diese Sidecasts, das heißt, diese Proxys, die daneben deployed werden, werden automatisch hinzugefügt. Die Frage ist, wie machen sie das? Admission Controller, wenn du das kennst, das ist halt, die hängen sich an diese Kubernetes API und haben da so ein Plugin quasi installiert. Und immer, wenn du Cube Control Apply machst, läuft diese Anwendung und die ändert dann diese Spezifikation, die du da angewendet hast. Genau, beim Thema Monitoring können beide fast das Gleiche. Linker, die ist beim Tracing, da muss man ein bisschen mehr manuell machen, aber geht theoretisch auch. Beim Routing sind sie sich quasi gleich, also beide können so ein bisschen schlaueres Load Balancing machen und Routing-Regeln definieren. Circuit Breaker kann Linker, die gerade noch nicht, aber Retry Timeout schon. Und beim Thema Security gibt es halt bei Linker, die keine Möglichkeit, Autorisierungsregeln abzubilden. Aber so, also das ist jetzt so eine ganz destillierte Variante von dieser Tabelle. Genau. Ich will euch mal ganz kurz zeigen, wie Linker die aussieht. Also das ist so das Dashboard von denen. Das ist eigentlich so ähnlich vom Informationsgehalt her. Man sieht hier halt auch, wie viele, was die Success Rate ist von dem Service, also wie viele Fehler, wie viele Anfragen pro Sekunde und was die Latenz im 99. Perzentil ist. Und was halt schön ist bei Linker, die ist, dass wir diese Metriken auch pro API Endpoint haben. Also vielleicht sind es die hinten nicht, aber hier steht zum Beispiel API List und hier steht API Vote und für jeden Endpunkt haben wir halt die Success Rate und die Request per Second und die Latency und so weiter. Das kann Istio zum Beispiel nicht, diese Aufschlüsselung nach Endpunkten. Es lohnt sich also bei dieser Doku ein bisschen genau hinzuschauen, was jetzt Thema Monitoring ist. Es ist sehr unterschiedlich implementiert. Genau. Die Frage nach der Latenz kommt immer relativ schnell, weil man halt sehr viel mehr Anwendungen hat, die dann in so einer Anfrage beteiligt sind. Bei Istio die Zahl muss ich korrigieren. Das ist jetzt seit der neuesten Version nur noch 6,5 Millisekunden, aber pro Aufruf zwischen zwei Services. Also wenn ihr so einen Hipster-Shop habt, der 20 Anfragen macht, dann ist das halt 20 mal 6,5 Millisekunden. Bei Linkerd2, die haben keine offiziellen Zahlen, aber die Versuche, die andere Menschen gemacht haben und die ich auch ein bisschen gemacht habe, deuten darauf hin, dass das nicht wesentlich weniger ist. Also vielleicht eine halbe Millisekunde oder so weniger, aber was bei Istio hat der Fall, ist es, dass das also die 0,1 Prozent der Anfragen teilweise sehr, sehr langsam sind, also so eine Sekunde oder so und bei Linkerd2 sind die Schwankungen nicht so stark und wenn ihr halt so, weiß ich nicht, 300 Microservices habt, die sich gegenseitig aufrufen, dann kommt ihr halt sehr schnell in diese 0,1 Prozent. Das heißt, das Risiko, dass der Enduser die Latenz mitbekommt, ist dann halt sehr hoch. Genau, beim Ressourcenverbrauch ist klar, dass diese ganzen Container, die ihr noch deployt, neben eurer eigentlichen Anwendungen, dass sie halt auch Ressourcen brauchen. Bei Istio ist das zum Beispiel eine halbe CPU, die jeder von diesen Proxys braucht. Das bedeutet einfach Geld, was ihr dann noch mehr braucht. Bei Linkerd2, das ist deutlich effizienter, weil die mit, also deren Zeitkurs mit Rust geschrieben und die haben das halt selber geschrieben. Das ist deutlich effizienter. Aber bei diesen ganzen Informationen wäre ich halt sehr vorsichtig, weil das ist ganz abhängig davon, wie eure Architektur ist, wie eure Aufrufe sind. Genau, da würde ich einfach einen eigenen Benchmark machen, wenn ihr das überlegt. Ist auch nicht so schwer, finde ich. Also einfach mal die Anwendung ohne Service Mesh anschauen, was hat die für einen Bedarf und dann mit und mal ein paar Anfragen abschicken und gucken, wann die zurückkommen. Thema Usability habe ich schon ein bisschen angedeutet. Das ist zum Beispiel so ein Tweet. finally got issue into production. Das ist halt schon viel, also die haben das wirklich verbessert, muss man fairerweise auch sagen. Also die haben aktuell halt die Version 1.4. Die haben halt schon viel Überkonfigurierbarkeit auch schon rausgenommen, aber es ist immer noch, man merkt es immer noch ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie bei AWS oder so, das ist halt eine Anwendung, das musst du auch langsam rausbauen. Das kannst du nicht einfach, Istio kann nicht einfach eine 2.0 machen jetzt, das geht halt nicht. Und da sind wir schon beim Fazit. Ich würde sagen, Service Mesh ist eine super Idee, weil sie viele Probleme von Microservices lösen. Wenn man sich also für Microservices entschieden hat, was auch eine Überlegung wert ist, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Und das Tolle ist halt, dass man das nicht in den Code schreiben muss. Das ist keine Library oder so, das kann man halt schön trennen von dem Business Code. Das Dumme ist, dass viele Teams noch damit beschäftigt sind, so Kubernetes irgendwie damit warm zu werden oder andere, so ICD und so, das ist halt schon ziemlich viel so kognitiver Ballast, den man seinem Team dazu mutet. Und ein Service Mesh baut halt noch so sehr viel mehr Magie noch rein, finde ich zumindest, als Kubernetes. Also das zu debuggen, das muss man halt schon ein bisschen sich dran gewöhnen. Und man hat halt auch noch so diesen Latenz- und Ressourcen-Overhead, den man im Kopf haben muss. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr überlegt so, brauche ich einen Service Mesh, würde ich sagen, wenn ihr viel Kubernetes habt und wenn ihr viele synchrone Aufrufe habt und wenn ihr von diesen Problemen, die wir heute besprochen haben, wenn ihr bei vielen jetzt gesagt habt, so ja stimmt, das brauchen wir. Wenn ihr das noch nicht selber gelöst habt mit irgendwelchen Libraries oder wenn ihr mit irgendwas unzufrieden tatsächlich seid, dann ist das auf jeden Fall eine Gedanke wert. Aber ich, also, so ein Never-Touch-Running-System, also wenn euer Team mit vielleicht nicht optimalen Tools gut arbeitet, genau, sollte man sich das überlegen. Und wenn man jetzt nur Istio und Linker, die zwei, in die engere Auswahl nehmen würde, dann würde ich sagen, Istio würde ich nur nehmen, wenn man wirklich diese Komplexität braucht. Also wenn man sich die Features anschaut und sagt, ja, das brauche ich unbedingt. Weil viele argumentieren, glaube ich, so mit, haben ist besser als brauchen. Also vielleicht will ich ja irgendwann mal Autorisierung machen, deswegen nehme ich mir lieber das Istio. Da wäre ich halt ein bisschen vorsichtig. Und ich würde halt auch Istio nur dann nehmen, wenn mein Teil, also wenn wirklich ein Teil von meinem System nicht in Kubernetes läuft und wenn ich Circuit-Breaking und Autorisierung brauche und wenn mein Team das ändern kann. Ja. Genau, ich habe noch ein paar Links in den Slides, also so Tutorials von Linkerdio und Istio, das kann man sich mal ein bisschen an so einem Nachmittag mal anschauen. Und, genau, es gibt auch noch so ein Büchlein, das haben der Eberhard und ich zusammen geschrieben, das gibt es kostenlos auf den Pub und dann wäre ich jetzt erst mal fertig. Und ich glaube, haben wir noch Zeit für Fragen, ne? Also ich habe noch Zeit für Fragen. Ja, ich fahre nicht nach Berlin heute. Ich will da noch eine gute Frage. Der wirklich, genau. Yay, der erst, wie das geworfen hat. Okay, beim Thema Netzwerk-Logs, also sehe ich wirklich den HTTP-Request oder sehe ich immer nur so absakte Sachen wie die Trace-ID oder den Pfad? Du siehst die gleichen Dinge, die auch in Prometheus stehen würden. Also du siehst, du siehst nicht den, nee, du siehst nicht den Request, sondern was halt passiert, ist dieser Link, dieser Envoy, also Istio benutzt einen Proxy, der heißt Envoy, der ist so sehr, sehr beliebt der ist in C++ geschrieben und der protokolliert von jedem Call so, ich weiß nicht, 40 Attribute. Latenz, Zieladresse, Quelladresse und die Logs sind halt in diesem Format. Also du kannst tatsächlich auch mit Istio ein Log-Format definieren und das wird dann auch benutzt. Aber du bekommst keine, nicht wirklich die Logs, also nicht wirklich die, Die Frage mit der Integration, wie kriege ich viele externe Systeme angebunden, auch verschlüsselt und authentifiziert, am besten über irgendeine AD-Anbindung oder sonst was? Eine was? Active Directory. Ach so, ja, also, 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 es gibt auf jeden Fall ein Tutorial von Istio dazu. Das heißt dann Mesh Expansion ist dann der Begriff dafür. Also sie bieten auf jeden Fall an, dass du, wenn du zum Beispiel einen Teil der Anwendung nur so in Containern hast, in irgendwelchen Cloud-Anbietern oder irgendwo, ich glaube, ohne Container wird es natürlich schwierig. Aber wenn du irgendwo Container liegen hast, die nicht in Kubernetes sind, kannst du manuell so ein Proxy definieren, den du daneben setzt, den du so konfigurierst, dass der Traffic immer über diesen Proxy geht und dann kannst du, ich weiß nicht, wie das mit den Zertifikaten ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob die Zertifikate automatisch dahin geschickt werden. Ich stelle mir das eher schwierig vor, aber würde ich mir mal das Tutorial anschauen dazu. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, die so ein Service-Mesh einführen, dass sie auch genug Arbeit haben, das erstmal in ihrem Kubernetes einzuführen. Also ich glaube, das ist relativ, also die Priorität auch von Istio daran zu arbeiten. Also es ist wirklich ganz interessant, weil früher war in der Istio-Doku stand drin, sie können Kubernetes und Konsol. Und seit der 1.3 oder so haben sie einfach die Installationsanweisung für Konsol rausgenommen und gesagt, nee, nee, wir können das doch nicht. Was auch ganz schlau ist, sie haben halt versucht, sich ein bisschen zu fokussieren und da, glaube ich, fällt das jetzt so ein bisschen weg. Ich würde für alles sagen, wenn du so eine Service-Expension oder Mesh-Expension machst, ist das, was du auch an den externen Service des N-Voids freust. Und dann sprechen die N-Voids miteinander und du erlaubst, dem N-Void von deinem Service mit dem N-Void von externen Service zu fressen. Man braucht keine Authentication mehr eigentlich, weil du das über die N-Void und wie mache ich das, wenn der Kunde kein Envoy starten kann? Dann kannst du ja, dann hast du dann keine Expansion noch. Du siehst du den Service nicht im Service-Mesh, aber du kannst ihn ja ganz normal auf deiner, die Anwendung kann immer noch Sachen aufbieten. Genau, also das ist auch so, man kann auch, so was mit, guck mal, wie das auch geht, so external name und external IP, also du kannst quasi sagen, ich weiß, es gibt diesen Endpunkt und immer, wenn du jemand eine Anfrage an, weiß ich nicht, abc.de schickt, dann kannst du das auch sehen, aber du kannst halt, auf der anderen Seite, wenn du keinen Zugriff hast, ist das halt nicht im Service-Mesh drin. So, so einfach ist das leider. Vielleicht direkt eine Frage zu dieser Expansion. Kann ich denselben Envoy in zwei Control-Planes haben? Weil, wenn ich bei dem anderen System, den platziere, dass er in meinem Service-Mesh drin vorkommt, kann es ja sein, dass der Dienst, den ich aufrufe, den auch bei sich ja sehen will. Ja, und dann quasi mein Endpunkt in seinem Service-Mesh. Also, das kann man, das könnte ich mir vorstellen. Dass man zwei Cluster miteinander, also, dass man zwei Cluster hat. Ja, so dieses, genau das gleiche Szenario jetzt eben. Ich habe ein System, das ist meins und ich habe ein anderes System, das ist das von meinem Kunden, da will ich was aufrufen, da muss ein Envoy laufen, ja, das war ja die Idee und jetzt soll dieser Punkt in meinem Mesh auftauchen und im Mesh des anderen Betreibers. Also, das war meine Frage. Ach so, du meinst das, du hast eigentlich nur eine Control-Plane, also, du kannst auch mehrere Control-Planes haben, aber du hast, glaube ich, also, soweit ich jetzt Istio verstanden habe, hast du nicht dann eine Control-Plane für dein externes System und eine für dich, sondern du würdest halt deine Anwendung erweitern. Also, weil, wenn du nämlich kein Kubernetes auf der anderen Seite hast, dann hast du sowieso keine Control-Plane. Also, deswegen muss halt Istio in einem Cluster installiert werden, wo Kubernetes, also, auf dem Kubernetes-Cluster installiert werden und du kannst halt dann dein Mesh erweitern, aber die anderen Envoys, die musst du manuell patchen. Da ist keine Control-Plane, die das, also, die melden das dann halt auch an deine Control-Plane in Kubernetes. So meine Auffassung. So, es hieß gerade, die Anwendung kann immer noch Sachen aufrufen, also, kann immer noch normale Calls machen, kann nicht das einschränken, was meinst du mit, die Anwendung kann normale Calls machen? Die Anwendung kann immer noch normale, andere externe Services oder so aufrufen. Ach so, ja, du kannst das, tatsächlich hat auch die erste Version von Istio, hat das auch blockiert, immer wenn du da einen externen Anfall gemacht hast, hat sie gesagt, nee, darf nicht und das haben sie dann auch vom Default-Wert her geändert und das kannst du aber machen. du kannst sagen, nee, also, du kannst sogar sagen, diese URL darf nicht aufgerufen werden und die halt schon. Das kannst du machen. Danke. Frage, weil du vorhin gesagt hast, ich will vielleicht meine Infrastruktur von Istio jetzt nicht unbedingt mit dem mischen, was ich sonst verwende, also zum Beispiel einen Jäger oder ein Prometheus benutze ich ja gerne auch für meine eigenen Daten. Kann ich das dann und hat Istio damit ein Problem oder ist es okay für Istio? Also, bei Prometheus ist es halt so, du kannst die aneinander, also du kannst ein Prometheus einen anderen unscrape, also ein Prometheus kann einen anderen scrapen. Das heißt, du würdest ein Prometheus für Istio haben, was auch dazu führt, dass du nicht abhängig davon bist, welche Prometheus-Version Istio hat. Das ist immer so blöd, weil dann musst du immer die Version nehmen, die der Service Mesh hat und du würdest einen eigenen Prometheus starten, der die Daten aus Istio rauszieht und vielleicht sogar persistiert oder so. Das heißt, du hättest deinen eigenen Prometheus-Version der über Prometheus ist und vielleicht sogar noch einen dritten für deine Anwendungslogik, aber genau, also das kann Prometheus halt. Du musst halt dem Prometheus sagen, wo der andere Prometheus von Istio liegt und dann kann er den abfragen. Okay, wenn ich aber gerade genau das vermeiden will, dass ich mehrere Prometheus habe und ich will den von Istio mitnutzen, ohne einen zweiten zu verantworten. Ja, das kannst du theoretisch machen. Also, es gibt glaube ich sogar eine Doku dazu von Istio, aber ich würde es wirklich vermeiden, weil wenn du zum Beispiel deinen Service-Mesh aktualisierst, dann musst du halt damit leben, welche Prometheus-Version Istio hat und musst halt auch mit dem Lifecycle von Istio leben. Wenn du das Service-Mesh aktualisierst, musst du Backup machen von deinen Business-Logik-Metriken. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir einfach weitere Fragen bei der Pizza machen, weil die ist ja für mich da und warm. Ja, Pizza ist da. Genau. Quatsch noch ein bisschen, probiert mal den Tag zu stellen oder stellt eure Fragen für alles, was bei euch jetzt funktioniert hat. Ich sehe das immer so ein bisschen als ein gratis Consulting-Nachs. Vielleicht mach ich auch nicht. Genau. Und ansonsten kann ich ja nur sagen, wenn ihr Bock habt, mal hier einen Talk zu machen und vielleicht euch jetzt sicher seid, schaffe ich das oder nicht, das schafft es. Die Leute verreißen einen ja. Das ist wirklich eigentlich eine nette Möglichkeit, auch so etwas mal aufzuprobieren. Vielleicht kommen wir noch zehn Leute, das ist immer nicht schlimm. Wenn ihr der Meinung seid, ihr würdet auch gerne meine Hörer-Firma und diese Menge Leute haben, dann meldet euch auch gerne bei uns, weil wir sind auch froh, wenn sich mal andere Firmen auch beteiligen. Einfach, dann hat man sich noch mal eine andere Firma. Es gibt ja Leute, die kommen jedes Mal. Hier schon wieder so nix oder schon wieder. Du johne oder sowas. Wenn ihr da jemanden kennt oder so, dann macht das gerne auch. Es ist auch eine coole Werbung für die Firma. Und ansonsten, danke, Anna. Sehr gerne. Applaus Vielen Dank.